Willkommen, sehr verehrtes Publikum, bei einer Lesung von Herrn Michael Scheiß-Heidemann. Er wird das Buch Jovenento vortragen. Das ist im Grunde auch schon alles. Untertitelung. BR 2018 Nee, nee, es ist zweimal, den... den spielst du... Hast du, wie du machst und weißt, Entschuldigung? Krass! Alles Gute zum Geburtstag! Du bist... Du bist... Du bist... Aber! Ist doch nicht... Ich riskiere dich! Das Stift! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018